Hallo und herzlich willkommen auf Ausfahrt TV News. Mercedes-Benz bringt eine neue Version seines hochautomatisierten Fahrassistenzsystems DrivePilot auf den Markt, die es künftig ermöglicht, auf Autobahnen in Deutschland mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 kmh automatisiert zu fahren. Dieses Upgrade, das für Anfang 2025 erwartet wird, erhöht den Mehrwert für Kunden erheblich, da das System nun auch im fließenden Verkehr unter bestimmten Bedingungen aktivierbar ist. Die Verfügbarkeit und Nutzung der DrivePilot-Funktion auf der Autobahn sind abhängig von Ausstattung, Ländern und geltenden Gesetzen. Das System ist derzeit auf SAE Level 3 zertifiziert, aber was bedeutet das eigentlich? Die automatisierte Fahrfunktion übernimmt natürlich bestimmte Fahraufgaben. Dennoch ist weiterhin ein Fahrer notwendig. Der Fahrer muss jederzeit bereit sein, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen, wenn er durch das Fahrzeug zum Eingriff aufgefordert wird. Nicht jede Nebentätigkeit im Fahrzeug, ich sag's mal einfach nur so, ist erlaubt. Die rechtliche Zulässigkeit von Nebentätigkeiten hängt, ihr wisst es schon, von den Ländern und den jeweiligen Gesetzen ab. Während der Fahrt haben aber die Fahrer demnächst die Möglichkeit, ihre Zeit effizienter zu nutzen, sei es entweder zum Arbeiten oder zur Unterhaltung durch Streaming-Dienste. Aber ganz wichtig, ihr müsst sofort wieder eingreifen können, wenn das Fahrzeug euch es sagt. Die Sicherheit hat für Mercedes-Benz schon seit immer oberste Priorität. Drive Pilot nutzt eine redundante Systemarchitektur, die sicherstellt, dass essentielle Funktionen wie die Lenkung und die Bremsen auch im unwahrscheinlichen Fall einer Störung zuverlässig bleiben. Kameras, Radar, Ultraschallsensoren und LIDAR-Technologie erfassen die Umgebung in Echtzeit, während ein hochpräzises Positionierungssystem den genauen Standort des Fahrzeugs ermittelt. Mercedes-Benz arbeitet kontinuierlich daran, die Technologie weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, in Zukunft noch höhere Geschwindigkeiten und längere autonome Fahrzeiten zu ermöglichen. Derzeit liegt die maximal erlaubte Geschwindigkeit für hochautomatisiertes Fahren in Deutschland bei 130 kmh, was Mercedes-Benz bis Ende des Jahrzehnts erreichen möchte. Wie immer interessiert mich eure Meinung. Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Lasst ansonsten gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt gemeinsam schön faulen Lenz. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Bis zum nächsten Video.